Hey Leute und willkommen zu diesem sehr besonderen Video, sehr besonders deshalb, weil heute mein Geburtstag ist. Um ungefähr 11 Uhr ist dieses Video online gekommen und um ungefähr 11 Uhr bin ich 16 Jahre alt geworden. Ich möchte einfach mal hier ein Video raushauen, wo ich ganz kurz mich bedanke. In erster Linie möchte ich mich schon mal bei allen Leuten bedanken, die mir jetzt wahrscheinlich super super nette Kommentare schreiben. Alles gut zum Bundestag, bla bla bla. Vielen Dank schon mal an euch. Ich bin echt gespannt und freue mich auf die Kommentare, dass ich die alle mal durchlesen kann. Ich werde euch auch heute Abend, wenn ich dann wieder ein bisschen Zeit habe, allen zurückschreiben und mir alles gründlich durchlesen. Also könnt ihr gerne, falls ihr irgendwas loswerden wollt, auch längere Texte schreiben. Ich werde das alles durchlesen, versprochen. Als zweites möchte ich mich bei allen von euch bedanken, die jetzt gerade zuschauen, die sonst immer meine Videos schauen, die mir echt oft super nette Kommentare schreiben und auch manchmal wirklich Tipps geben, mich weiter unterstützen. Dies, jenes, an alle die da draußen, die mir tagtäglich ein gutes Gefühl geben, dass ich mit meinen Videos echt was richtig mache, euch damit den Tag ein bisschen verschönern kann, bla bla bla, an alle die wirklich meinen Kanal abonniert haben, die meine Videos schauen, die mir tagtäglich Likes geben, schöne Kommentare schreiben, mich einfach unterstützen. Andi, ein fettes, fettes Dankeschön. Ich hoffe ihr unterstützt mich in nächster Zeit weiter. Wir sind jetzt ungefähr bei 700 Abonnenten. Die 1000 Abonnenten werden ja ein mega großes Ziel. Hätte ich niemals gedacht, dass ich die jetzt vielleicht schon bald erreichen werde, aber wir stehen ja jetzt nicht mehr ganz so weit weg davon. Mich würde super freuen, wenn ihr mich weiterhin unterstützt, wenn ihr meinetwegen an Freunde, Verwandte oder was den Kanal mal weiter empfehlt oder einfach weiterhin meine Videos schaut, mich unterstützt, mir hilfreiche Kommentare schreibt und auch nette Kommentare, was weiß ich. Auf jeden Fall könnt ihr aber auch immer wieder Fragen stellen, denn heute kommt noch ein Video und zwar ein Hashtag Frag Mike. Da kam die letzte Folge vor zwei Monaten oder so. Da kommt später dann auch nochmal eine Folge von. Schaut da auf jeden Fall auch vorbei. Mega, mega cool geworden. Und ja, auf jeden Fall auch Fragen stellen. Ich kann euch das super gerne immer beantworten. Mich freut es echt einfach, wenn meine Community einfach aktiv ist, ob es jetzt Videos schauen ist, ob es wie gesagt Kommentare schreiben ist, Likes geben ist, abonnieren ist, was auch immer. Mich freut es, wenn meine Community aktiv ist. Wir hatten ja am Freitag auch einen Stream, der ist auch super bei euch angekommen und es macht mir einfach Spaß momentan. Momentan macht es mir so viel Spaß, YouTube zu machen. Und jedes Mal, wenn ich ein Video produziere, weiß ich einfach, dass dieses Video über 100 Leute sehen. Oft wirklich auch über 20 Likes und so. Und es ist einfach, es ist ein schönes Gefühl. Klar hört sich das jetzt für den einen oder anderen nicht so krass an, weil da gibt es natürlich YouTuber mit was weiß ich wie viele Millionen Abonnenten. Aber ich bin noch lange nicht so weit und ich freue mich über das, was ich habe. Und es ist echt krass, dass sich das so entwickelt hat. Und es freut mich auf jeden Fall und macht mega, mega viel Spaß. Ich möchte mich auch bei denen bedanken, die mir in letzter Zeit ab und zu mal was gespendet haben. Wer das nicht getan hat, kann das gerne tun. Spendenlink ist auch in diesem Video, in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bin ja gerade am Sammeln für eine Kamera, dass ihr auch mal mein Gesicht vor die Augen bekommt. Da brauche ich aber natürlich noch ein bisschen Geld. Das ist natürlich immer ganz schön teuer, so eine Kamera. Wie gesagt, würde mich auch super drüber freuen. Wenn ihr nicht live in einem Stream spendet, also jetzt zum Beispiel jetzt in dem Moment, wo ihr das Video schaut, dann werde ich euch natürlich schnellstmöglich in irgendeinem Video erwähnen, grüßen, was weiß ich. Und mich herzlich bedanken. Ansonsten, wenn ihr mir noch ein Geburtstagsgeschenk machen wollt, ohne jetzt irgendwie zu spenden oder was auch immer, dann ist hier einmal mein Instagram-Account eingeblendet. Da poste ich zwar keine Bilder von mir, noch nicht, erst wenn ich mich auch wirklich auf YouTube zeigen werde. Aber ich poste da immer ein paar Sachen, Informationen, ein bisschen was, was ich ab und zu mal so esse. Das finde ich auch ganz geil, so ein paar Essensbilder. Ist ganz lustig. Aber auf jeden Fall poste ich bei Instagram ganz viel Zeug. Und da wer mir noch nicht folgt, unbedingt auf Instagram folgen. Um das ganze Geschenk dann noch einzupacken, wäre es ganz nice, wenn ihr mich auch mal abonniert. Denn es ist auch so, dass ungefähr ein bisschen weniger als die Hälfte der Leute, die mich schauen, noch gar nicht abonniert haben. Das mag vielleicht daran liegen, dass ich öfter mal mit Jan streame und dann halt einfach ein paar Leute auf meinen Kanal schauen und die Videos schauen, aber dann nicht abonnieren. Aber wie gesagt, wenn einer von euch daraus mich noch nicht abonniert hat und gar das Video sieht, würde mich freuen, wenn ihr nicht nur auf Instagram folgt, sondern auch auf YouTube abonniert. Dann würde es mich noch freuen, wenn ihr wunderbar noch eine Schlau-Film das Paket macht und diesem Video hier einen Daumen nach oben gebt und weiterhin aktiv bleibt. Ansonsten würde ich sagen, genieße ich den restlichen Tag. Genießt auch euren restlichen Tag. Falls noch jemand Geburtstag hat von euch da draußen, auch dir wünsche ich alles, alles Gute zum Geburtstag. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann später noch im Hashtag Frag Mike. Hau rein, bis dahin. Ciao, ciao.